Der Sport ist in allen Bereichen völkerverbindend und da ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr verbindend. Menschen kommen her, um Sportveranstaltungen zu schauen und bekommen diese ganzen Emotionen nicht verhüllt, sondern ich sage immer, das ist ein wirklich ehrliches Sport, der da stattfindet, ohne irgendwelche zusätzlichen Überlegungen, sondern es sind Emotionen und Begeisterung pur.